ja heute wird es zeit dass ich mal jedem der sich meine videos anschaut meine motorrad schutzkleidung zeige dafür werde ich dann in wenigen sekunden vor die kamera treten und ganz kurz dann erklären weil das muss ich im vorfeld machen was mit koffer und woanders ist also ich trage motorrad schutzkleidung das ist was ganz spezielles in dem fall wenn mein bruder auch in thailand ist dann trägt der ähnliche schutzkleidung wir haben uns gemeinsam ausgesucht und damit fahre ich eigentlich das ganze jahr egal auf welcher strecke ich bin ob im acker in den bergen außer bei regen da habe ich dann noch mal überkleidung fahren wir mit diesen motorrad schutz schuhen und